Okay, das ist für alle meine Leute da draußen, wenn ihr mal in der Prüfungshase seid und einfach verkackt, kein Problem. Okay, jedenfalls, ja, ich mache jetzt einfach mir einen eigenen Helix. Wenn es blutet, falle ich um. Also, herzlich willkommen zur Katastrophe. Fuck, ich weiß noch nicht mal, wie ich das hier so mache, aber, oh, ich glaube ich ziemlich gut, oh, ja. Willst du das hier machen? Ich weiß gar nicht, wo ich das machen will, oder? Warte, schön kurz. Okay, macht das nicht zu Hause, Leute, weil, das ist auf jeden Fall keine, oh scheiße, keine gute Idee. Fuck my life, ey. Sorry. Ich bin verrückt. Es ist einfach nur gerade so, ich bin in einer Situation, wo ich einfach gerade auf nichts Bock habe. Und die beste Lösung ist jetzt einfach, mir einen Helix zu stechen. Wenn ich schreie oder umkippe, ihr könnt eh nichts machen. Ich weiß auch nicht, wo ich zuhören soll. Also, ist das jetzt hier noch? Ja, ist es jetzt safe? Ja, das ist safe, oder? Okay, ist es so weit? Ich hoffe mal rein. Also, so. Okay. Ähm, wo? Wieso? Wollte ich das machen? Ja, doch, hier. Ich gucke übrigens eine Serie, also, nicht wundern, das ist auf Disney Plus. Fuck, ich muss nochmal gucken, wo... Ich muss nochmal, ich muss nochmal checken, wenn ich mir das hinsetze. So, jetzt kann ich es mir nochmal anleihen. Warum kippt das denn? Oh mein Gott, ciao. Oh Gott. Okay. Noch nicht. Noch nicht. Ja, doch, eigentlich hier, oder? Geht doch. Yo. Ich muss jetzt nur kurz noch hinsetzen. Scheiße, mein Akku... Achso, dein Akku ist fast leer, Alter. Hier, da. Okay, also. Okay. Alter, ich bin auch aufgeregt. Was soll ich denn? Okay, ich muss jetzt erstmal hier... Das ist... Es ist schon okay betäubt. Es ist jetzt nicht krass, krass betäubt, weil ich... Also, ich weiß definitiv, dass, ähm... Er warst du schon? Nee, noch nicht, hallo? Als ob. Das war es noch gar nicht. Das kommt jetzt gleich. Also, wenn ich... Ich muss nur kurz das fixieren, weil sonst... Bin ich am Ass. Okay, also. Ich kann gar nicht, wie das funktioniert. Ja, du musst es auch gar nicht checken, okay? Ich muss jetzt erstmal... Nicht trauen, diesen... Dieses scheißen Nagel... Nadel da reinzustopfen, Alter. Okay, warte. Warte, wo siehst du es denn? Hier siehst du es, so halt. Ich bin nicht einfach da mit Schälen am Ohr, ich hab da... Okay, also. Fuck my life! Wenn ich schreie, gell? Was? Alter, ich muss es irgendwie schnell machen, aber ich trau mich nicht! Was? Ich mach schon mal. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht! Jessie! Mein Herz ist gerade so richtig schnell! Ich glaub, ich werd echt umkippen, wenn es da reinsteckt, gell? Ich weiß vor... Ich weiß gar nicht, was... Ähm... Ich weiß gar nicht, ähm... Ob du das überhaupt alleine so hinkriegst, weil normalerweise... Ich glaube, man zögert halt, weil sich selbst immer so voll, ne? Ich weiß! Aber ich krieg das hin! Ich krieg das hin! Ist mir egal! Hallo? Was hab ich denn bitte alles geschafft? Diese Scheiße werd ich jetzt auch schaffen! Darauf gehend auf jeden Fall! Ich muss es noch kurz nochmal affixieren, aber ich bin... Das ist... Das ist genau so... Prüfungsstress, Alter! Ciao! Okay. Oh fuck, ich krieg das nicht hin! Ich muss mir mal die anderen Handschuhe anziehen! Also. Es wird wahrscheinlich ne Weile dauern, aber ich bin froh, dass du da bist! Lass dich anfeuern! Okay, warte! Fuck, wo ist das denn bitte? Soll ich das bitte reinstecken? Alter, das riecht aufregend! Alter, fuck! Okay, eins... Zwei... Drei... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's doch nicht! Siehst du das? Ich hab verarscht! Nein! Siehst du das? Also ich hab's jetzt einfach durchgeschossen! Ich hab's einfach durchgeschossen! Mein Gehirn, sein Körper zittert gerade so hart, Alter! Okay, ich glaub, ich muss mich erst mal abreden! Oh mein Gott, das steckt gerade in meinem Ohr drin! Oh, wenn ich jetzt umkipp, Alter! Uff! Gerade nicht, aber ich schwitze gerade so hart! Nein, mir ist noch nicht schlecht! Wenn mir schlecht wird, dann normalerweise wär ich jetzt schon unten! Okay, also wie macht man das denn? Also wenn du bist mir nicht krank, tut's nicht weh? Nein! Also, es tut nicht weh, weh! Es geht! Alter, die ist völlig irre! Die schreit euch in aller durch! Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mit der Schere machen soll! Das ist scheiße! Ich glaub, ich lass jetzt einfach so! Fuck, warte! Ich hab wirklich durchgestochen, Jessie! Ich bin wirklich verrückt! Das macht die Prüfungsphase mit mir! Scheiße! Dieses Betäubungsteug muss ja so irre sein! Nee, das ist... Das Ding ist, man spürt... Also, es tut schon ein bisschen weh! Man spürt auf jeden Fall, dass man durch ist! Ähm... Und es... Also, man spürt's trotzdem, gell? Aber es juckt irgendwie nicht! Ja, ich muss... Ich muss das jetzt, glaub ich... Oh mein Gott, scheiße! Warte! Okay, oh fuck! Ich glaub, ich muss das jetzt gleich nochmal... Okay, hä? Hä, wie soll ich das rausmachen? Ich will das doch gar nicht rausmachen! Fuck! Wie soll ich das denn bitte machen? Jessie! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll! Hä, ich weiß gar nicht, wie sowas funktioniert! Was ist denn jetzt in der Schere? Ja, in der Schere? Also... Ist da ein Nagel drin? Nee! Fuck, was hab ich getan? Ah, ich seh, du hast quasi das Ohr geklammert, damit du gerade stichst, ne? Ja, warte... Oh mein Gott! Hä? Oh, ist ab! Ich hab's abgemacht! Oh mein Gott! Alter, du bist echt... Scheiße! Das ist ultra geil! What the fuck! Alter! Das tut auch gar nicht so richtig weh! Ich hab gedacht, das tut viel mehr weh! Okay, okay, jetzt spür ich's so langsam! Also mir geht's gut! Mir geht's echt gerade gut! Also ich würde ganz kurz... Ich glaube, ich würde schnell den Piercing reinmachen, bevor das wieder mehr noch zu Bewusstsein kommt und sich... Also weil das Bild ist ja ein bisschen dick! Ja, genau, genau! Weißt du nicht? Ja, ich weiß nämlich wie! Wie soll ich das bitte machen? Ich weiß es nicht! Wie das funktioniert? Okay, warte! Ich versuch... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles gut! Alles gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tessi, ich fühl mich so verrückt gerade! Ich fühl als ob ich... Du bist auch völlig verrückt! Ich fühl mich gerade so, als ob ich alles schaffe! In dieser Welt, Alter! Scheiße! Das ist gut, das ist jetzt gemacht, das jetzt vor der nächsten Prüfung. Dann brauchst du vor, ob ich das so oft denkst, dass du die Prüfung schaffst. Das ist eine super Einstellung! Okay, scheiße! Da blutet es blutet es blutet es blutet! Es blutet es blutet! Okay, warte, warte! Ich muss jetzt gerade... Oh fuck! Wo ist denn? Ich brauch was anderes! Warte schon mal! So! Ich brauch so... Ja genau, ich brauch so ein Dings, weil sonst krieg ich das nicht hin! Okay! Okay, 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 okay! Okay! Hä? Fuck! Das blutet was? Ja, das blutet! Ich muss nur das jetzt... Wer? Ich muss nur das irgendwie reinstecken, diese Scheiße! Alter! Du kriegst das ja bitte rein! Es blutet, aber das ist nicht schlimm! Das ist voll in Ordnung! Ich muss nur jetzt diese Kack-Piercing hier reinmachen! Oh, meine Brille stört! Ich bin gleich da! Ich hab's gleich geschafft! Ich hab's doch jetzt durchgestopft! Ich hab's doch jetzt durchgestopft! Ich hab's doch jetzt durchgestopft! Krieg's jetzt auch diese Scheiße rein! Ich hab's doch gesagt! Oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss gerade versuchen, dieses Loch zu finden. Und das Loch nehme ich gerade nicht, glaube ich. Hä? Wo ist denn das Scheiß? Ah, da. Warte. Es dauert länger, dieses Scheiß. Wo ist denn das Scheißloch? Wie so ein richtig, wie so ein 14-Jähriger beim ersten Mal. Bro. Okay, 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 okay. Hä? Oder ich mach's. Ah, Mann, ich krieg's nicht hin. Mach's halt so. Okay, warte nochmal. Meine Haare sind auch einfach hart im Weg, ey. Ich glaube, diese Krise ist nicht hin. Das ist gerade echt viel zu viel fucking Blut. Kaffee, das ist immer gut. Kaffee? Adrenalin kriegst. Warte. Ich muss nochmal diese... Fuck! Wie soll man das denn bitte machen? Okay, Adrenalin ist echt... Ist er jetzt schon drin? Nein, ich krieg's nicht rein. Ich krieg's einfach nicht rein, diese Scheiße. Warte. Doch, jetzt gleich. Komm. Hä? Scheiße. Ich krieg's einfach nicht rein. Ich muss nur gerade mal versuchen, das zu machen. Ist der Stab denn schon wieder draußen? Ja. Okay. Aber ich hab's fast... Ich muss nur gerade das Loch wiederfinden, wo ich's raus... Was ist das denn, Alter? Warte mal kurz. Ich hab gerade viel zu... Okay, da, 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 da. Ich hab's gleich, ich hopp's durch. Weil dieses Ding, das steckt, aber ich krieg's einfach nicht rein. Ich glaub, es ist halt so schnell wieder zugegangen. Oh! Ich muss wahrscheinlich nochmal. Tut weh? Nee. Also, es tut schon weh, aber es ist jetzt nicht dieses Schlimme, es tut weh. Sondern es ist einfach nur... Ich muss jetzt einfach nur dieses Loch... Ich denke halt, es wird auch jetzt... Also, das... Die Betäubung lässt ja irgendwann nach, oder? Ja. Aber nicht so schnell, ne? Nee. Warte. Ich muss nur diesen Ohrring mal durchbekommen, und dann... Alter, schieb die einfach in einer Sekunde diese Nadel durch hier. Oh, ich glaub das überhaupt nicht. Warte. Hätt ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Alter. Da, da. Fuck. Ich glaub ich bin ganz... Ach, Mann, wo ist denn dieses Kackloch? Oh, ohhh. Ich glaub ich muss nochmal stechen. Oh nö, also ich höre jetzt stöte. Ne, weil ich finde das hintere Loch einfach nicht und ich glaube ich habe schief gestochen. Oh nein. Ja. Aber wenn du jetzt nochmal stichst und anders stichst, dann hast du ja nie ein Loch. Ja. Aber das wächst ja schnell zu. Meiner ist auch übrigens schief. Wir müssen gerade mal gucken, wo ich das hingemacht habe. Äh, wo ist das? Das andere Loch müsste... Ist ja da eigentlich. Oh fuck. Jo. Nick, was hast du getan? Ja, ich muss im Arsch stechen. Oh no. Aber nicht heute, oder? Ey, doch. Aber wenn du das jetzt direkt machst, dann hast du halt so ein Riesenloch. Na, das geht schon, das geht schon. Eigentlich musst du doch erstmal zuwachsen jetzt, oder? Ja. Ja, aber ich glaube ich werde es anders versuchen. Warte. So, habe es nochmal gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube ich... Vielen Dank.